Kontrakt bis 2025 Vertragsgespräche mit Zahne, es herrscht Funkstille beim FC Bayern. Der Vertrag von Leroy Zahne läuft noch bis Juni 2025, für die Zukunft gibt es derzeit jedoch keine Pläne. Funkstille zwischen dem FC Bayern und Zahne Einem Bericht von Sky zufolge herrscht derzeit Funkstille zwischen dem FC Bayern München und Leroy Zahne. Daher haben zwischen den beiden Seiten keine Gespräche stattgefunden und der Spieler hat noch kein schriftliches Angebot erhalten. Die Prioritäten des FC Bayern sind klar und er will keine zweite Klage gegen David Alaba. Für Zahne bedeutet dies, ob sein 2025 auslaufender Vertrag verlängert wird oder ob er verkauft werden muss. Wir wollen beide Zeit verbringen. Damit wollen sich die Verantwortlichen des FC Bayern Zeit lassen. Sie haben im Moment andere Prioritäten, mit besonderem Fokus auf das Wendetransferfinster. Das wird für Szenen wahrscheinlich kein Problem sein. Der Flügelstürmer konzentriert sich auf die zweite Saisonshälfte und hofft, im Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen zu können. Zahne hat die Europameisterschaft im Visier, die England wieder attraktiv machen könnte. Insgesamt fühlt er sich in München und unter Trainer Thomas Duchel sehr wohl. Daran ändert auch sein seltsamer Auftritt beim Spiel gegen Werder Bremen nichts.